Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, der Idiot Ganya gewann jedoch schnell die Herrschaft über sich zurück, unmittelbar nachdem er sich so hatte hinreißen lassen, und lachte nervös auf. Er war nun vollständig wieder zu sich gekommen. »Ja, Fürst, sind Sie denn ein Arzt?« rief er in möglichst heiterem, treuherzigem Tone. »Sie haben mich geradezu erschreckt. Nastasja Filipovna, ich möchte Ihnen da diesen ganz köstlichen Menschen empfehlen, obwohl ich selbst ihn erst seit heute Morgen kenne.« Nastasja Filipovna blickte den Fürsten verwundert an. »Ein Fürst? Er ist Fürst! Denken Sie nur, ich habe ihn vorhin im Vorzimmer für einen Bedienten gehalten und ihn hergeschickt, um mich anzumelden.« »Das tut ja nichts, das tut ja nichts«, fiel Ferdischchenko ein, der eilig näher trat und sich freute, dass man zu lachen anfing. »Das tut ja nichts, se non è vero«, wenn das nicht stimmt. »Und ich hätte Sie beinahe noch ausgeschimpft, Fürste, bitte verzeihen Sie mir. Aber, Ferdischchenko, wie kommt es denn, dass Sie zu dieser Tageszeit hier sind? Ich dachte, Sie würde ich hier gewiss nicht treffen. Wer ist der Herr nun? Was für ein Fürst? »Mischkin?« fragte sie Ganya, der ihr inzwischen den Fürsten, den er noch immer an der Schulter gefasst hielt, vorgestellt hatte. »Unser Untermieter«, wiederholte Ganya. Sie waren offenbar bemüht, den Fürsten als eine Art von seltener Kuriosität hinzustellen. Alle sahen darin einen Ausweg aus der unerquicklichen Situation und schoben ihn förmlich zu Nastasja Filipovna hin. Der Fürst hörte sogar deutlich das Wort »Idiot«, das jemand, wahrscheinlich Ferdischchenko, hinter seinem Rücken zur Erklärung für Nastasja Filipovna flüsterte. »Sagen Sie, warum haben Sie mich denn vorher nicht aufgeklärt, als ich mich in Ihnen so schrecklich irrte?« fragte Nastasja Filipovna weiter und musterte den Fürsten vom Kopf bis zu den Füßen in der ungeniertesten Weise. Sie wartete ungeduldig auf seine Antwort, als wäre sie im Voraus völlig überzeugt, dass die Antwort unfehlbar so dumm sein werde, dass sie darüber werde lachen müssen. »Ich war erstaunt, Sie so plötzlich vor mir zu sehen«, murmelte der Fürst. »Aber woher wussten Sie denn, dass ich es war? Wo haben Sie mich früher gesehen? Wie geht es nur zu? Mir ist tatsächlich, als hätte ich ihn schon irgendwo gesehen. Und gestatten Sie die Frage, warum blieben Sie vorhin so starr auf Ihrem Fleck stehen? Was habe ich denn an mir, dass eine solche Wirkung hervorbringen könne?« »Nun los, los«, trieb Ferdischtschenko, der fortfuhr, Gesichter zu schneiden, den Fürsten an. »Na los doch!« »Oh mein Gott, was für schöne Dinge würde ich auf eine solche Frage antworten!« »Nun los doch!« »Ja, wenn Sie da nicht reden, sind Sie ja der reine Tölpelfürst!« »Auch ich würde eine Menge reden, wenn ich Sie wäre«, antwortete der Fürst lachend. »Ihr Bild, das ich vor kurzem sah, hat auf mich einen starken Eindruck gemacht,« fuhr er zu Nastasja Filipov nahe gewendet fort. »Dann habe ich mit Jepanschins von Ihnen gesprochen. Und schon kam heute früh, noch ehe ich in Petersburg ankam, und schon heute früh, noch ehe ich in Petersburg ankam, hat mir Parfenro Goschin viel von Ihnen erzählt. Gerade in dem Augenblick, als ich Ihnen die Tür öffnete, hatte ich an Sie gedacht, und da standen Sie plötzlich vor mir. »Aber woher wussten Sie denn, wer ich war?« »Nach dem Bilde und...« »Und woher noch?« »Außerdem deswegen, weil ich Sie mir gerade so vorgestellt habe. Auch mir ist, als hätte ich Sie schon irgendwo gesehen.« »Wo denn? Wo denn?« »Ich habe die Empfindung, als hätte ich Ihre Augen schon einmal irgendwo gesehen. Aber es ist unmöglich, ich bilde es mir nur ein. Ich bin nie hier gewesen. Vielleicht, dass ich im Traume...« »Bravo, Fürst!« rief Fedeschchenko. »Nein, ich nehme mein Senoneverro zurück.« »Übrigens, übrigens«, sagte er das ja alles in reiner Unschuld, fügte er bedauernd hinzu.« Der Fürst hatte jene wenigen Sätze mit unruhiger Stimme gesprochen, mehrfach stockend und häufig dazwischen Atem holend. Sein ganzes Wesen bekundete eine hochgradige Erregung. Nastasja Filipovna blickte ihn neugierig an, lachte aber nicht mehr. In diesem Augenblick ertönte plötzlich hinter der Gruppe, die dicht geschart um den Fürsten und Nastasja Filipovna herumstand, eine neue, kräftige Stimme, schob sozusagen die Gruppe in zwei Hälften auseinander und schuf in ihr eine Gasse. Vor Nastasja Filipovna stand das Oberhaupt der Familie selbst, General Ivolgin. Er hatte den Frack und ein reines Vorhemd angelegt und sich den Schnurrbart frisch gefärbt. Das war mehr, als Ganya ertragen konnte. Selbstsüchtig und eitel bis zur Nervosität, bis zur Hysterie, hatte er diese ganzen zwei Monate nach Mitteln gesucht, sich ein anständigeres, vornehmeres Renommee zu geben. Er fühlte, dass er auf dem gewählten Wege noch ein Neuling war und vielleicht nicht imstande sein werde, ihn dauernd einzuhalten. In seiner Verzweiflung war er schließlich dazu gelangt, bei sich zu Hause, wo er der reine Despot war, sich ganz brutal zu benehmen, wagte dies aber nicht in Gegenwart Nastasja Filipovnas zu tun, die ihn bis zu diesem Augenblick immer in Verwirrung gesetzt und erbarmungslos tyrannisiert hatte. Einen ungeduldigen Bettler hatte sie selbst ihn genannt, eine Bezeichnung, die ihm hinterbracht worden war, und er hatte sich hoch und heilig geschworen, ihr das alles später einmal heimzuzahlen, obwohl er gleichzeitig manchmal kindlich davon geträumt hatte, alles in Ordnung zu bringen und alle Gegensätze zu versöhnen. So stand die Sache, und nun musste er jetzt noch diesen schrecklichen Becher leeren, und noch dazu gerade in einem solchen Augenblick eine unvorhergesehene, aber für einen eitlen Menschen ganz besonders furchtbare Folter sollte er erdulden, die Qual, für seine Angehörigen im eigenen Hause erröten zu müssen. In diesem Augenblick ging ihm der Gedanke durch den Kopf, ist denn überhaupt der in Aussicht stehende Preis all diese Mühe und diese Schmerzen wert? Jetzt vollzog sich das, was ihm während dieser zwei Monate nur nachts in beängstigenden Träumen vor das geistige Auge getreten war und ihn mit eisigem Schreck, mit glühender Scham erfüllt hatte. Es fand endlich im Familienkreis ein Zusammentreffen zwischen seinem Vater und Nastasja Filipovna statt. Er hatte manchmal in spöttischer Selbstverhöhnung versucht, es sich auszumalen, was für eine Figur der General bei dem Trauakt machen würde, hatte aber nie vermocht, sich das qualvolle Bild vollständig zu vergegenwärtigen, sondern es immer rasch wieder beiseite geschoben. Vielleicht machte er sich von dem ihm erwachsenen Schaden maßlos übertriebene Vorstellungen, aber so geht es eitlen Menschen stets. In diesen zwei Monaten hatte er sich die Sache überlegt, seinen Entschluss gefasst und sich fest vorgenommen, seinen Vater um jeden Preis irgendwie wegzuschaffen, wenn auch nur auf einige Zeit und ihn womöglich sogar aus Petersburg verschwinden zu lassen. Mochte nun die Mutter damit einverstanden sein oder nicht? Als vor zehn Minuten Nastasja Filipovna eingetreten war, hatte ihn das dermaßen überrascht und betäubt, dass er an die Möglichkeit des Erscheinens seines Vaters auf der Bildfläche überhaupt nicht gedacht und keinerlei Anordnungen in dieser Hinsicht getroffen hatte. Und nun stand der General auf einmal da, vor aller Augen und noch dazu in feierlicher Toilette, im Frack und gerade in dem Augenblick, wo Nastasja Filipovna nur eine Gelegenheit suchte, um ihn und seine Angehörigen mit ihrem Spott zu überschütten. Denn dass dies ihre Absicht war, davon war er überzeugt. Und in der Tat, welche andere Bedeutung hätte ihr jetziger Besuch haben können? War sie gekommen, um mit seiner Mutter und mit seiner Schwester Freundschaft zu schließen oder um sie in seinem eigenen Hause zu beleidigen? Aber nach der Haltung, die beide Parteien eingenommen hatten, war kein Zweifel mehr möglich. Seine Mutter und seine Schwester saßen wie entehrt abseits. Und Nastasja Filipovna schien ganz vergessen zu haben, dass beide sich mit ihr in demselben Zimmer befanden. Und wenn sie sich so benahm, so hatte sie sicherlich dabei ihre Absicht. Ferdischtschenko fasste den General bei der Hand und führte ihn näher heran. Ardaion Aleksandrovich Ivolgin, sagte der General würdevoll und verbeugte sich lächelnd. Ein alter, unglücklicher Soldat, der Vater dieser Familie, die sich glücklich fühlt in der Hoffnung, ein so reizendes neues Mitglied in ihren Schoß. Er konnte den Satz nicht zu Ende sprechen. Ferdischtschenko schob ihm schnell von hinten einen Stuhl hin und der General, der um diese Nachmittagsstunde etwas unsicher auf den Beinen war, setzte sich oder fiel viel mehr mit dumpfem Geräusch auf den Stuhl nieder, was ihn übrigens nicht weiter verlegen machte. Er saß Nastasja Filipovna gerade gegenüber und führte mit einer anmutigen Gebärde ihre feinen Finger langsam und effektvoll an seine Lippen. Überhaupt war es recht schwer, den General in Verlegenheit zu bringen. Sein Äußeres war, von einer gewissen Nachlässigkeit abgesehen, immer noch ziemlich anständig, was er selbst recht wohl wusste. Er hatte früher Gelegenheit gehabt, in sehr guter Gesellschaft zu verkehren, aus der er erst vor zwei, drei Jahren endgültig ausgeschlossen worden war. Seitdem hatte er sich allerdings widerstandslos seinen Schwächen hingegeben, aber seine gewandten, angenehmen Manieren hatte er sich immer noch bewahrt. Nastasja Filipovna schien über das Erscheinen Adarion Aleksandrovichs, über den sie natürlich schon manches gehört hatte, außerordentlich erfreut zu sein. »Ich habe gehört, dass mein Sohn«, begann der General. »Ja, Ihr Sohn, aber Sie sind mir auch nett, Papachin. Warum lassen Sie sich nie bei mir sehen? Verstecken Sie sich selbst oder versteckt Sie Ihr Sohn? Sie wenigstens können doch zu mir kommen, ohne jemanden zu kompromittieren.« Die Kinder des neunzehnten Jahrhunderts und ihre Väter fing der General wieder an. »Nastasia Filipovna«, sagte Nina Aleksandrovna laut, »lassen Sie doch bitte meinen Mann für einen Augenblick fortgehen. Es fragt jemand nach ihm.« »Fortgehen lassen? Aber ich bitte Sie, ich habe so viel von ihm gehört und schon so lange gewünscht, ihn persönlich kennenzulernen. Und was kann er denn zu tun haben? Er befindet sich doch im Ruhestande. Sie werden mich doch nicht verlassen, General, werden doch nicht fortgehen.« »Ich gebe Ihnen mein Wort, dass er Ihnen bald einen Besuch machen wird, aber jetzt bedarf er dringend der Ruhe.« »Adarion Aleksandrovich, es wird behauptet, Sie bedürften dringend der Ruhe,« rief Nastasia Filipovna mit unzufriedener, schmollender Miene, wie ein launisches kleines Mädchen, dem man sein Spielzeug wegnimmt. Der General benutzte die Gelegenheit, sich noch närrischer zu gebärden. »Liebe Frau, liebe Frau«, sagte er vorwurfsvoll, indem er sich würdevoll zu ihr hinwandte und die Hand aufs Herz legte. »Wollen Sie nicht hinausgehen, Mamachen?« fragte Valja laut. »Nein, Valja, ich will bis zu Ende hierbleiben.« Nastasia Filipovna musste die Frage und die Antwort gehört haben, aber ihre Heiterkeit schien dadurch nur noch vergrößert zu werden. Sie überschüttete den General sofort wieder mit Fragen und fünf Minuten darauf befand sich dieser in höchst gehobener Stimmung und erging sich unter dem lauten Gelächter der Anwesenden im längeren Tiraden. Kolja zupfte den Fürsten am Rockschoß. »Führen doch Sie ihn weg. Das darf nicht so weitergehen. Tun Sie uns doch den Gefallen.« Dem armen Jungen funkelten Tränen der Entrüstung in den Augen. »Oh, der nichtswürdige Ganya«, fügte er für sich hinzu. »Mit Ivan Fyodorovich Jepanschin war ich tatsächlich eng befreundet«, erwiderte der General redselig auf Nastasia Filipovnas Fragen. »Ich, er und der verstorbene Fürst Nikolai Ivovich Mischkin, dessen Sohn ich heute nach 20-jähriger Trennung wieder umarmt habe. Wir waren drei unzertrennliche Kameraden, sozusagen eine Kavalkade wie Athos, Portos und Aramis. Aber leider liegt der eine von uns im Grabe, von Verleumdungen und von einer Kugel zu Tode getroffen. Und der Zweite, der hier vor ihnen sitzt, hat noch immer mit Verleumdungen und Kugeln zu kämpfen. »Mit Kugeln«, rief Nastasia Filipovna aus. »Sie sitzen hier in meiner Brust. Ich habe sie vor Kars erhalten, und bei schlechter Witterung spüre ich sie. In allen anderen Beziehungen lebe ich wie ein Philosoph, gehe spazieren, spiele in meinem Café Dame, wie ein Bourgeois, der sich von den Geschäften zurückgezogen hat, und lese die Indépendance. Aber mit unserem Portos, dem General Jepanschin, bin ich infolge einer Geschichte, die sich vor zwei Jahren mit einem Bologneser-Hündchen zutrug, völlig auseinandergekommen. »Mit einem Bologneser-Hündchen?« »Wie hängt denn das zusammen?«, fragte Nastasia Filipovna äußerst neugierig. »Mit einem Bologneser-Hündchen?« »Erlauben Sie, und auf der Eisenbahn?« Sie schien etwas in Ihrem Gedächtnis zu suchen. »Oh, es ist eine dumme Geschichte, die nicht verdient, dass man sie noch einmal erzählt. Es handelt sich dabei um eine Mrs. Smith, eine Gouvernante der Fürstin Biedokonskaya, aber es lohnt nicht, die Mühe, es zu erzählen.« »Aber unbedingt müssen Sie es erzählen,« rief Nastasia Filipovna lustig. »Auch ich habe diese Geschichte noch nicht gehört,« bemerkte Fedeschchenko. »C'est du nouveau. Das ist neu.« »Adalion Alexandrovich,« rief Nina Alexandrovna wieder in flehendem Tone. »Papachen, es fragt jemand nach Ihnen,« sagte Kolja. »DFT, »Miracht,« »Wennacht, »DFT, »FORM. »DFT, »MEMBER Ich, »N-TO. »DFT, »DFT, »N-TREGEN, »N-DFT, »M-DFT, »N-T. »N-T-T-T-T-T-T-T-T-T« Untertitelung des ZDF, 2020